Der Toni mit einem weiteren Video und zwar an dieser Stelle zum Amazon Partnerprogramm respektive wie man die Amazon Links erstellt, neue Links macht und die dann in den Blog einfügt. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten Links zu erstellen, Textlinks, Bildlinks und so weiter. Es gibt da verschiedene Sachen. Ich bin jetzt hier bei www.partnernet.amazon.de und logge mich hier mit meinen Daten ein. Wenn du noch kein Konto hast, dann musst du dich zuerst einmal registrieren. Und dann an erster Stelle musst du dir auch noch irgendwie eine Tracking-ID vergeben. Ich wähle mir diese hier aus. Du kannst dann auch verschiedene Tracking-IDs anlegen. Also wenn du verschiedene Blogs hast zu verschiedenen Themen, in verschiedenen Nischen und so weiter, kannst du dann für jede diese Nische oder für jedes Thema eine eigene Tracking-ID erstellen, damit du das dann auch auseinanderhalten kannst. Weil diese Tracking-ID ist immer Bestandteil des Links. Also dann kann ich grundsätzlich schon mal auf dieser Seite, nach dem Einloggen auf der Hauptseite hier, nach einem Produkt suchen und von dorthin nachher weitergehen. Ich gebe mal hier Graffiti-Entferner ein und klicke auf Enter und suche mir die Sache. Da wird mir etwas angezeigt. Okay. Dann sage ich okay. Jetzt gibt es hier verschiedene Sachen. Ich kann den Link auf diese Seite stellen. Es ist zwar hier nur ein Produkt zu sehen. Okay. Ich habe hier noch ein I vergessen. Darum hat er wahrscheinlich da irgendein Problem. Ich wollte eigentlich Graffiti-Entferner eingeben. Das mache ich jetzt richtig. Okay. Da gibt es jetzt hier verschiedene Sachen. Also da sind jetzt fünf Produkte auf dieser Seite drin. Von insgesamt 105. Also ich kann den Link hier auf dieser Seite zum Beispiel erstellen. Ich kann auch zu jedem Produkt einen Link erstellen. Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Wenn ich auf den Pfeil klicke, dann habe ich hier den langen Amazon-Link. Und zwar einfach nur den Link auf die Produktseite. Das ist einfach der Link. Hier ist auch wieder meine Tracking-ID drin. Genau. Und wenn du verschiedene Themen hast oder so, dann wäre es also sinnvoll, zu jedem Thema eine eigene Tracking-ID zu machen. Tracking-ID zu machen, dass du dann auch genau siehst und nachvollziehen kannst, quasi dann über welche Seite, respektive dann zu welchem Thema ist dann dieser Link auch aufgerufen worden. Und hier über diesen Link da, URL mit Amazon.to kürzen, da gibt es dann den Kurzlink. Dann kann man den hier nehmen. Okay. Jetzt hier über weitere Links erstellen. Da kann ich natürlich jetzt hier hingehen. Und da wird mir schon einer angezeigt. Hier das Bild. Also das ist quasi dieses Bildchen, wo die Artikel drin ist mit dem Kaufen-Button und so weiter. Hier könnte ich jetzt noch die Hintergrundfarbe dieses Bildes ändern. Die Titelfarbe, die ist hier jetzt blau, okay. Und die Preisfarbe ist schwarz. Also das könnte man jetzt ändern, wenn man möchte. Und dieser Code hier, der iFrame, das wäre also das zum Einbinden in die Webseite. Das ist also ein iFrame-Code. Das ist die eine Variante. Hier gibt es nur den Text-Link. Hier steht, das ist das, wo der Text steht. Und der ist dann verlinkt auf die entsprechende Seite. Und so wird der Link dann dargestellt. Mit diesem Code. Da müsste man also diesen HTML-Code markieren, kopieren und dann auf der Seite entsprechend eintragen. Und dann wird automatisch dieser Text so angezeigt. Hier kann ich auch eine andere Zielseite auswählen. Also jetzt geht es auf die Detailseite, genau von diesem Produkt. Ich kann auf die Angebotsseite weiterleiten. Dann wird der Link entsprechend geändert. Der Text bleibt sich dasselbe. Ich kann hier natürlich auch einen eigenen Text eingeben. XYZ zum Beispiel jetzt. XYZ. Dann wird dieser Link so angezeigt. Und wenn ich diesen Code markiere, ich kann natürlich auch nur das Bild einfügen. Also es ist dann verlinkt. Also das Bild ist dann verlinkt. Aber kein Text und nichts drumherum. Also das ist einfach das Bild mit meinem Link hinterlegt. Wer da hier. Oder wenn ich das Amazon-Widget eingefügt habe in meinem Blog, dann kann ich das natürlich so machen. Und habe dann den entsprechend. Sieht dann das da so aus. Da kann ich noch Bemerkungen etwas machen, reintun, speichern und Code generieren. Dann wird dieser Code hier angezeigt, den ich dann ins Widget eingebe. Das sind also die verschiedenen Varianten. Jetzt gehen wir noch einmal zurück. Und zwar bis zum Anfang. Oh, schon zu weit. Da. Auf der Suchseite. Das war jetzt über den kleinen Pfeil hier. Ich kann auch hier drauf klicken. Link erstellen. Und dann komme ich eben auch wieder auf diese Seite hier. Genau. Also das sind so sehr Sachen. Es gibt da noch andere Sachen links zu generieren mit den Widgets und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich etwas schreibe und dann dieses Bildchen einfüge im Text, kann ich also das nehmen. Hier Text und Grafik. Ich kann natürlich, wenn ich nur den Textlink möchte, dann mache ich das so. Ich kann natürlich meinen eigenen Link-Text, den kann ich hier also effektiv eingeben, wie ich will. X, Y, Z. Graffiti-Entferner. So. Und dann steht das hier. Genau. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt irgendeinen Blogartikel schreibe und die Artikel so geschrieben sind, dann kann ich natürlich auch das Wort X, Y aus meinem Blogartikel dann verlinken. Ich zeige es nachher schnell am Beispiel. Wir gehen noch einmal schnell zurück. Hier steht das Text. Ja. Wir gehen da zurück. Okay. Wir nehmen diesen Link mal raus. Okay. Ich klicke hier drauf. Nur Text. So, jetzt ist er wieder richtig. Ich markiere mir diesen Text. Kopiere den. Gehe in meinen Blog. Machen wir einen neuen Beitrag. Machen wir einen neuen Beitrag. Also einen neuen Blogartikel. So. Jetzt hat er von mir aus den Titel. Graffiti-Entferner. Graffiti-Entferner. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier in der Textansicht sind und nicht in der visuellen. Also wir wollen hier den HTML-Code einbinden. Das ist das hier. Und dann sieht das nämlich in der visuellen Ansicht so aus mit dem klickbaren Link. Ich kann natürlich jetzt sagen, ähm... Ich kann natürlich jetzt sagen, ähm... nur diesen Text. So. Und... Das wäre also quasi... Mein-Link-Text. Jetzt gehe ich hier wieder zu Amazon. So. Jetzt habe ich ja, ähm... Mein-Link-Text. Jetzt kann ich natürlich hier, ähm... nur diesen Teil von den ersten Anführungsstrichen, also zwischen den ersten beiden Anführungs- und Schlusszeichen, kann ich hier nehmen. Und zwar, jetzt muss ich da schauen, wie weit das geht, bis hierhin geht dieser Link. So. Genau. Ich kann mir den so rauskopieren. Und dann hier markieren. Mach ich noch Fett. Dann verlinke ich da. So. Es ist eingegeben. Und hier klicke ich auf neuen Tab. Öffnen. Das noch anhaken. Der Link-Text ist ja hier schon drin. Link hinzufügen. Das wäre eine weitere Variante gewesen. Noch eine. Ich kann... äh... Text und Grafik. Das wäre dann dieses hier. Wenn wir das so anzeigen lassen wollen. HTML. Markieren. Kopieren. Kopieren. Wieder in meinen Artikel. Jetzt muss ich aber wieder auf die HTML-Ansicht. Das machen wir hier an letzter Stelle. Fügen wir diesen Link ein. oder diesen iFrame-Code, will ich sagen. Schauen wir uns das wieder in der visuellen Ansicht an. Und dann sehen wir unser Bildchen. Kommt dann hier rein. So. Ähm... Da gibt es hier noch eine andere Variante. Jetzt... hier... klicken. Zum Beispiel. Wenn ich also nur so meinen Text verlinken möchte, kann ich das natürlich, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, da muss ich ja gar nicht so weit in die Details rein. Da kann ich hier hin. Kann ich nur schon auf die Pfeiltaste klicken. Kann hier sogar den Kurz-Link nehmen. Da könnte man quasi dann auch für Social-Media-Posts und so weiter. Dann nehme ich nur diesen hier. Gebe den hier ein. Der Link-Text ist drin. Haken ist gesetzt. Im neuen Fenster oder Tab öffnen. Verlinken. Das war's. Also das ist mal das. Hier geht es auf jeden Fall jetzt auf diese Seite. Klick mal hier drauf. Also alle diese Links, die ich jetzt hier in meinem Blog-Artikel gesetzt habe, führen auf diese Seite hier. Auf die Amazon-Seite von diesem Produkt. Das ist das mal. Ähm. Ich könnte aber auch auf diese Seite hier verlinken. Das wäre dann da. Ich klicke mal hier drauf. Und zwar will ich sagen, da will ich jetzt nur das Bild. Da werden also dann, würde das so aussehen. Dieses Bild angezeigt. Und ich kann dann mit links-rechts hier quasi diese 10 Bildchen durchklicken. Ich kann hier wählen, welches grösseres Bild. Ich sage jetzt mal mittleres Bild. Markiere mir diesen Code. Kopiere den. Und füge den hier wieder ein. Aber jetzt natürlich wieder in der HTML-Ansicht. So. Machen wir noch 2-3 Leerzeilen, damit wir wieder einen Abstand haben. Hier ist jetzt mein Code wieder drin. Und dann sieht das so aus. Genau. So. Und dann dieser Link von diesem Bildchen. Der würde also dann nicht auf die einzelne Produktseite gehen. Sondern wie wir vorhin jetzt gesehen haben. auf diese Übersichtsseite quasi. Ähm. Ja. Jetzt will ich zum Beispiel ein Produkt in die Seitenleiste packen. Da nehme ich hier diesen zum Beispiel jetzt. Da klicke ich hier auf Link erstellen. Da möchte ich dieses Bildchen in der Seitenleiste haben. Und zwar, ich kann den nehmen, Text und Grafik. Ja. Das lassen wir so. Da ist auch der Preis mal schon drin. Oder ich könnte es so machen. Nur das Bildchen. Aber das ist vielleicht auch nur mit dem Bildchen zu etwas. Nein. Ich denke schon auch mit dem Preis und so weiter. Ich markiere mir mal diesen Code. Jetzt muss ich mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Es ist ein Iframe. Ob das im Text Widget das sollte passen. Und schauen uns das gleich mal an. Ähm. Ich tue das mal speichern hier. An dieser Stelle. Dass das nicht verloren geht. Das heisst wir schauen uns mal diesen Beitrag mal an. Ich klicke mal hier drauf. Also dann haben wir uns jetzt an. Okay. Das ist quasi nur tief. So. Doch jetzt ist er gekommen. Es ist alles geladen. So. Das ist also der erste Link. Das ist also ähm. Der Text Link direkt heraus kopiert. So wie bei Amazon. Der geht jetzt also auf diese Seite. Dieses Graffiti Entferner. Aber. Der hat jetzt nicht in einem neuen Tab geöffnet. Sondern ist von deinem Blog weg. Also ich würde an dieser Stelle nicht mit dem Text Link aus Amazon arbeiten. Weil. Wenn du den nicht veränderst. Dann. Dann geht der Interessent. Oder der User von deiner Seite weg. Ich für meine Seite. Also ich für mich möchte das quasi. Dass er. Dass dieser Link in einem neuen Tab geöffnet wird. Das haben wir hier so gemacht. Ich habe meinen eigenen Link Text gemacht. Einfach mit dem. Entsprechenden Link jetzt. Nur verlinkt. Und ich lande wieder auf der selben Seite. Aber der hat in einem neuen Tab geöffnet. Und jetzt auch hier. Denn das ist das nächste. Ist das. Also Bild und Text. Und dann landet man hier auf der. Auf der Seite. Da ist es. Also das ist dieser Link hier gewesen. Bei Amazon. Quasi. Also jetzt nicht von diesem Produkt. Aber das ist es der mit dem Bildchen. Also das ist genau. Dieser Text und Grafik. Mit diesem Code. Mit diesem Code. Genau. Und. Den habe ich ja mit dem. Kurz Link verlinkt. Amazon. Amzn.to So. Den Text hatte ich selber geschrieben. Und einfach mit dem. Entsprechenden. Kurz Link von Amazon. Ähm. Ja. Verlinkt. Und. Jetzt. Gehen wir noch auf das Bildchen. Was wir da zuletzt gemacht haben. So. Es ist also der Link auf die Seite. Mit den. Ersten 10. Produkten. Das war also der Link. Ähm. Zu dieser Seite. Da war es nicht ein einzelnes Produkt. Sondern eben zur ersten Seite. Mit den Suchergebnissen. Hier aber auch wieder. Der wird nicht in einem neuen Tab geöffnet. Sondern. Der. Äh. Der User ist dann von deiner Seite wieder weg. Darum würde ich das an dieser Stelle. Auch eher nicht machen. Respektive dann. Müsste man den Link entsprechend noch ein wenig abändern. Damit er eben einen neuen Tab geöffnet würde. So. Was ich jetzt. Äh. Äh. Noch machen möchte. Ist jetzt noch. Äh. Ein Bild an Text in den. In die Seitenleiste in ein Widget packen. Das machen wir jetzt hier über Design. Widgets. Ne. Jetzt hat er etwas Falsches gemacht. Design Widgets. So kommen. So. Design Widgets. Und. Da nehme ich hier den. Das Text Widget. Ich hole mir das hier nach oben. Und die entsprechende Stelle. Ich sage jetzt. Für unseren Test. Wir machen das gerade an erster Stelle. Zuoberst. Okay. Hier habe ich das Suchfeld. Ich mache jetzt mein Textfeld. Zuoberst in die Seitenleiste. Seite. Das Ding öffnet sich. Und du erinnerst dich. Ich habe hier. Diesen iFrame Code geholt. Und möchte mir dieses Bildchen. In der Seitenleiste anzeigen lassen. Mit den Preisen. So wie es dort bei Amazon ist. Und speichere. Das Ganze. Dann gehe ich hier. Auf die Seite. Aktualisiere diese. Und es müsste. Da hier an oberster Stelle. Dann das. Im Widget drin. Dieses iFrame. Das Bildchen ist hier drin. Und so weiter. Und jetzt klicke ich hier drauf. Und das öffnet sich in einem neuen Tab. Diese Seite hier. Wo er dann hier direkt. Dieses Produkt in den Einkaufswagen legen kann. Das heisst hier wird jetzt hier gefragt. Ob er es in den Einkaufswagen legen möchte. Hier mit weiter legt er es jetzt nämlich in den Einkaufswagen. Und das Produkt ist hier bereits jetzt drin. Im Einkaufswagen. Und das siehst du hier. So. Also der hat ihn einen neuen Tab geöffnet. Das ist in Ordnung. Das kann man so brauchen. Was es einfach ist. Es ist nicht schön in der Mitte. Das ist jetzt vielleicht noch etwas. Schauen wir uns das mal an. Was wir dann sonst noch machen könnten. Ja nur das Bild ist. Jetzt zu Widget hinzufügen. Ja jetzt hier. Um ihr Widget mit Inhalt zu füllen. Also ich kann jetzt ein Amazon Widget einfügen. Wo ich dann hier. Gut ich wähle hier Amazon.de aus. Und da kann ich jetzt quasi über diesen Link dann verschiedene Sachen direkt von Amazon anzeigen lassen. Okay. Das müssen wir dann in einem separaten Teil noch behandeln. Worum es hier genau geht. Und ich kann es wieder auch hier über links erstellen. Einzeltitel links. Also direkt auf ein bestimmtes Produkt. Wo ich dann hier das Produkt aussuche. Aber jetzt an dieser Stelle möchte ich jetzt vielleicht einen Banner Link haben. Und nicht dieses Bildchen hier. Sondern einen Banner. Da kann ich also hier also einen Banner Link. Und jetzt gebe ich hier. Hier kann ich die Kategorie jetzt auswählen. Okay. Das wäre jetzt vielleicht der Baumarkt. Und hier kann ich zum Beispiel dann einen solchen Banner einbinden. Zu meinem Thema passen. Also in die Seitenleiste würde ich jetzt so etwas in diese Richtung. Oh das war es dann schon. Da gibt es nichts Gescheites. Das ist etwas schmal mit 120. Man könnte so einen nehmen. Aber das ist relativ klein jetzt. Äh hier natürlich. Wir nehmen den 234 mal 60. Hier kann man die Grössen auswählen. Jetzt passt es dann besser. Den 234 mal 60. Das wäre dann einer. Ah ja. Die sind alles in einer Reihe. Das wird dann einfach hier. Hier springt der hinunter. Den hatte ich jetzt vorhin gar nicht richtig gesehen. 234 breit und 60. Okay. Das wäre jetzt einer den man da einbinden könnte. Zum Beispiel mit diesem Code hier. Oder. Das ist ein Kurzlink. Also kann da auch selber wenn ich ein Produkt dann habe. Mit meinem Namen kennzeichnet und so weiter. Kann ich selber einen Link erstellen. Aber wie gesagt. Am einfachsten geht es praktisch. Wenn man auf der ersten Seite über den Suchbegriff. Und dann gerade von dort her. Ich kann hier. Ich kann hier über die Widgets. Kann ich auch. Ich kann hier noch schnell den Textlink Generator. Mal anschauen. So. Wo ist er? Es gibt ja so. Da sind die verschiedenen Sachen noch erklärt. Wie man es macht. Oder machen kann. Ich kann eben wie gesagt auch Widgets einbinden. Das wären dann diese hier. Also das wären dann für MP3. Schnäppchen Widgets kann ich da einstellen. Ein Suchwidget. Da kann der Kunde oder der User hier. Auf deinem Blog über das Suchfeld Produkte suchen. Direkt bei Amazon. Das sind quasi dann diese mehr oder weniger Teams eine Art. Man kann da die Favoriten. Slideshow. Wunschzettel. Ich kann hier auch einen AStore Widget einbinden. Oder eben da hier so eine Cloud. Eine Art. Also mit verschiedenen Keywords. Das wäre dann vielleicht noch etwas in die Seitenleiste. Wo er dann sich an die. Je nach Produkt und so weiter. Selbst. Oder auf dein Team angepasst und so weiter. Selbst optimiert. Und solche Links anzeigt. Auch eine Suchfeldbox kann man dort einführen. Man kann das machen. Zum Beispiel eine Amazon Suchbox. Können wir da gerade mal machen. So wieder Webseite hinzufügen. So jetzt kann ich natürlich von dieser Suchbox noch gewisse Sachen anpassen. Also designmässig, farblich und so weiter. Und jetzt von der Grösse her. Ich lasse es hier auf Automat. Würde ich mal so lassen. Oder allenfalls noch den 300 mal 250 wählen. Das wäre was. Aber ich lasse es hier auf Automat. Das ist wahrscheinlich das am besten passende. Standard Suchbegriff. Ja. Wenn ich jetzt einen Block habe. Zu Graffiti Entferner. Könnte ich das schon mal so lassen. Zum Beispiel mit Graffiti Entferner. Dass der schon als Standard drin ist. Und dann schon die ersten Produkte dazu anzeigen. Hier wie gesagt. Kann ich noch die Farbeinstellungen machen. Wobei ich da jetzt da nicht. Also das ist gut. Das ist wenn ich jetzt wirklich so ein Widget haben möchte. Dann würde ich das einmal erstellen. Und das war's dann. Und hier kann ich also eine Unterkategorie. So bei Amazon.de eine Unterkategorie auswählen. Ich lasse es einfach mal hier bei dem so stehen. Man sieht ja. Also Amazon. Wenn es da im Baumarkt. Das ist wahrscheinlich. Graffiti Entferner ist wahrscheinlich in der Kategorie Baumarkt. Dann würde das Widget dann so aussehen. Amazon.de Baumarkt. Ich kann es aber auch generell hier auf Amazon.de stehen lassen. Und das wäre also dann. Diesen Code. Den ich markieren muss. Und kopieren. Und den halt auch wieder in die Seitenleiste packe. Ähm. Ja. Ich mache hier ein neues. Schliessen lassen. Neues Textwidget hier hoch. So. Das machen wir hier an zweiter Stelle. Titel vergebe ich jetzt hier nichts. Das ist jetzt einfach nur das. Was hier von Amazon rüberkommt. Wird angezeigt. Und sonst nichts. Weiter. Ähm. Das wäre was. Hier könnte ich jetzt. Auch den A-Store einbinden. Genau. Okay. Okay. Also das war das. Ich gehe nochmal auf die Startseite hier. Also. Wenn du genau weisst welches Produkt oder welche Kategorie. Dann geht das hier beinahe am schnellsten. Und dann komme ich nämlich genau. Dorthin. Wo ich eigentlich meine Produkte habe. Oder wo die sind. Gut. Wenn ich dann irgendwie genau weiss. Hier sind jetzt nicht 105 Produkte drin. Aber wenn ich speziell auf eines. Äh. Weiter verlinken möchte. Wäre das irgendwas. Vor allem jetzt aus dem Text heraus. Aus dem Kontext. Äh. Vom Inhalt. Wäre das wahrscheinlich eine. Eine Sache. Ich kann hier natürlich auch. Ähm. In den. Kategorien suchen. Nach irgendetwas. Äh. Maler. Malerbedarf. Wahrscheinlich. Geht das in diese Art. Äh. Äh. Zubehör. Wird es da vielleicht. Tesa Malerband. Oder dann. Ab. Sonst irgendwie. Wie nach Abdeck. Plastik. Abdeckfolie. Abdeckvlies. Und solche Sachen. Könnte ich jetzt dann. Ganz gezielt dort drauf verlinken. Jetzt wäre noch was. Ähm. Ja. Wie man dann. Den A-Store. Zu einem bestimmten Produktkategorie. Oder so. Den kann ich natürlich auch einbinden. Das schauen wir uns auch gleich mal an.